Ich kann dich auch stunnen, mein Freund, ja. Begleitet. Schön. Jynx da gerade. Ja, und was will der machen? Mich töten. Ach, der Tauber ist gar nicht mehr da. Ich habe mich gar nicht getraut hinterher zu gehen ansonsten. Okay. Ich habe mich aber nicht hinterher nachzusetzen, der Junge, ne? Ah, ich habe mich nicht geschafft, meine Leute hier zu setzen. Oh, Pyke. Oh, sehr schön. Da ist einfach ein Tauber. Ja, aua. Es ist sehr ärgerlich, dass sie so wenig AP hat, aber... Oh, ich habe sie noch getroffen. No way, da...